Ich komm wegen dem Job als Empfangsdaten. Hi. Gott, du schwitzt ja. Irgendjemand versucht die Toten in New York zu entfesseln. Und wir können das als einzige verhindern. Dann los! Nimm das! Wir müssen was bauen, um diese verfluchten Geister zu bekämpfen. Das ist genau das, was wir hier schon machen. Habt ihr diese riesen Dumpfpakette eingestellt? Ich hab Kevin gebeten, ein paar Logos zu entwerfen. Sind es die Augen, die euch nicht gefallen? Ich kann sie größer machen. Die sind gut erkennbar. wurden alle erohnt und haben Sie least noch ein wenig sein. Ich habe auch was Profes Ozus zwar gegeben. Untertitelung des ZDF, 2020